ja ich bin herzlich willkommen zurück zu der spf 6 und wir machen weiter mit der band mit dem einsatz trifft maxi was man tanzt heißt wir müssen ein schiff und irgendwie organisieren das machen wir doch mal glatt und da hat es schon plumpf gemacht und wir haben unser schiff wir müssen da wir müssen wieder rüber und zwar schnell da rüber Dany! Dany! Listen to Juan! You kill soldiers, Castillo's going to send his special forces after you! Know what makes them so special? They're specially trained and heavily armed? Fuck you, smartass. But yes, you've been warned. Clara! I'm on my way to Valle de Oro. Good. I hope you find Maximus Matanzas. How do you know them anyway? Talia and I led the first protest against Castillo, while Paolo mobilized the dissidents. We lost contact after the Esperanza riots. I saw those riots. A lot of people got hurt. Oops. Should I go up or what? Oh, come here. This is the fort. Looks like no one's been here for a hundred years. Hey! Maybe they left the note. Warte mal kurz. Wir lesen. Falsche Iraner and Parias. Sind zum Durchsatz auf Abkommen gezogen. Marius Soldaten lang alle, die anders sind. Wenn du anders bist, wenn du frei sein willst, kommt zu uns Camp Maximus. Also willkommen. M.M. 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 M. M.M. M. we're in dear so die wollte ich jetzt mehr oder weniger mal befreien aber da vorne ist irgendwas was ich eventuell gebrauchen kann supremo kleber ok ich weiß Feinde. Bist wir da hin oder was? Die haben hier fast ein Krokodil. Frage. Ist Friesia? Naja, ich sollte ja... Das sind aber nicht viele, oder? Ist das echt nicht viele, sind das nur die zwei? Ist das echt nur die zwei? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir nicht... Das sind bestimmt ein paar mehr. Eins, zwei, drei. Hier unten ist ein scheiß Krokodil. Ist das echt nur die zwei, drei, vier... Aha. Das war einfach. Ja. Gut. Ja. 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 Da ist doch wieder. Ja. 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 Was ist das? Es geht um ein katholik zu, wenn man die Hände nicht wiederkommt. Es geht um ein katholik zu. Oh mein Gott, wie du dich? Ich kann dir das nicht so gut. Wir sagen uns zu. Das ist ein katholik. Man hat den Klettern. Aber es ist ein katholik. ... ... So... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tod? So, Ptits Fee aber ich weiß nicht wo wir da ist noch einer aber scheint kein alarm zu sein irgendwo den kriege ich noch ohne weiteres gut neukam premium pointed so dann haben wir das auch mal befreien so Ja, ja, du. Ach, das ist der komische Mechaniker, ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Get ready to do your best Erastfandorin impression Who? Erastfandorin! Who told you that? The famous Russian detective in Boris Hakunin's novels? Konyo Dany, his books are in 35 languages I got a mystery for you Sure, what happened? I sent some guerrillas to Rio de Plata to grab a C4 ship They went dark It's weird or two I picked up Russian radio All right, Muckwitz Während der sich jetzt hier einen zurechtquatscht Begleichen wir dann die Schuldenfeuer noch, ne? They through First Blood, not me Who the hell is this? Don't push it I'm hanging up now, asshole Wait, 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 wait Just answer me these You recognize those lines? Sure, that's Rambo First Blood, right? Ha! I knew it It's really you Really who? What do you want? I want What they want And every other guy who came over here And spilled his golds And gave everything he had Wants For our country to love us As much as we love It What the hell does that even mean? You know, I don't actually know But anyway, just come meet me at my top secret base I need your help You can't say top secret and not tell me where it is Okay, fine Mendoza Peninsula So Oh, Leute Geht mir nicht auf so Maximas Matanzas is safe And they've actually got a decent camp here Bad news They don't give a shit about Libertad Give it time, Dani They've been through a lot We can't beat Castillo without Thalia's voice and Paolo's discipline You just need to help them find it Okay, Clara I'm gonna start by finding my way around this camp See what they've done with the place Suerte, Dani Juan What a lead on a weapon shipment American Interested? Interested? Dani, I'm having a hands-free orgasm in this church Call me when you find them Gross Yeah, okay We live in a swamp We need all the help we can get So Halt mal kurz Halt mal kurz Heute gesagt Okay Egal Ja, wir haben jetzt mehr oder weniger genug Zeug Na gut Okay Ich bin mal raus Heute Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder auch noch Und treffen uns Mit Paolo Um begleichten Schulden Ich bin mir Ich bin mir closet von Typically Ich bin mir Ich bin mir Everything Wرة